Mr. Newcomer The Boss Horse Matzen Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das das Ende Doch es gibt nichts Schlimmeres als Ungewiss zu sein Valentina Tokio Hotel Ass 5 Wir fragen uns jedes Jahr, ist das nochmal zu toppen? Aber in diesem Jahr auch wieder eigentlich eine der spannendsten Kategorien überhaupt Hast du ein Favorite? Ähm, mag ich nicht sagen, aber ich habe einen, ja Okay Einige Fans der Gruppen, wie zum Beispiel Ass5 von Tokio Hotels, haben sich teilweise schon einen extra noch einen vierten Computer gekauft, um abzustimmen Wir lösen die Spannung auf Hau auf den Schalter, bitte Und der Sieger in der Kategorie Hau auf das Kategorien Das ist für heute Mensch wie gut Und wenn ich's nicht mehr kann, dann geh ich's gerade an. Irgendwann laufen wir zusammen. Weil ich einfach nichts mehr halten kann. Durch den Motus. So, Oberhausen. Das ist so unglaublich für uns. Wir dürfen schon den zweiten Preis entgegennehmen. Wir haben eine ausverkaufte Tour. Ihr gebt uns so viel Kraft, Unterstützung und Energie. Ich weiß auch nicht, was ich ganz ehrlich sagen soll. Das ist unser erster Song gewesen. Wir haben uns schon so viele Preise. Unsere Platten, die haben Gold. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank. Tokio Hotel. Besten Newcomer 2005 bei der 1Live Krone. Vielen Dank.